Oh, da zieht dann noch ein männlicher Bock rein und oh, ein schönes Tier. Bis 200 Euro und maximal 115 Kilo. Die Maulte Hirsche gehen aber maximal bis 250 Kilo, knapp 250 Kilo gehen die normalerweise hoch. Und trotzdem schönes Tier. Gucken wir uns mal an, das könnte vermutlich meine persönliche Stärkste sein. Hat auch ein Gewicht bis maximal 115 Kilo. Gucken wir uns mal an. Wenn wir darüber nachdenken, können wir mit dem Infos abwählen wieder hochzufinden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. isi Vielen Dank. So, jetzt kommen mal die Sauer nach. Und dann ist die Sauer. Und das ist die Starke von gerade in der Markt bis 1210 und 190 Kilo. Und das ist die Sauer. So, der Treffer von gerade eben von dem Schwein war Nungeherz. Okay, das passt auch. So, dann warten wir ab. Da hat er noch eine weibliche Sau gekaut. So, das ist hier der Moldeosch. Den nehmen wir schon auf. Ich habe ja noch zwei Flüchtige. 156 Kilo. Die Sauer. Das könnte bei Stärkster gewesen sein. 96 Kilo schwer. Männlich. Schulterblatt Herz. Linke Lunge. Da ist der Trefferwert am Unterhalt. Das war auch noch ein Treffer. So, wir machen jetzt einen Toffee-Shot. So, und so lassen wir. Schönes Tier. Da kaut auch schon der nächste Sau. So, jetzt ist gerade irgendwas abgesprungen. Jetzt ist er abgesprungen. So, ich bin ans Rückball, wenn ich das nächste aufnehme. Ciao. Du hast gesagt, es geht zurück ins